Es ist das Duell zweier alter Bekannter, auf der Bahn 1, Steven Rindle, 30 Jahre alt, war in Staffel 1 schon dabei, war in Staffel 2 dabei und ist schon damals gelaufen gegen Marcel Parcharidis, 29 Jahre alt. Und er und Steven waren die beiden schnellsten aus der 1. Staffel. Ich bin Steven Rindle, ich bin jetzt satte 30 Jahre alt und bin professioneller Parcoursathlet. Es hat mich wahnsinnig aufregend, als ich meinen Duellpartner wiedergesehen habe. Ich bin Marcel Parcharidis, bin 29 Jahre alt, komme aus Düsseldorf. Ich mache 12 Jahre Parcours und Freerunning. Meine Erfahrung bei Big Bounce war in der 1. Staffel, ich war in der 1. Runde der schnellste von allen. In der 2. Runde habe ich aber gemerkt, die Technik hat nicht so gestimmt. Dann bin ich an der Fliegenkatsche rausgefallen, weil ich von oben reinspringen musste. Ich war in Staffel 1 schon dabei. Ich habe begonnen mit der 2. und 1. Zeit aller Teilnehmer. Bin super, super unglücklich vom Taxi Parcours ausgeschieben. Das war's, das war's, er ist raus. Es fehlt eine Sekunde. Ich durfte dann in der 2. Staffel wieder teilnehmen. Wir mussten gegeneinander antreten. Ich bin wunderschön mit dem Kopf gegen das Brett gesprungen. Hab deswegen verloren. Ich kam in der 2. Staffel mit mehr Glück als Verstand dann unter die besten 16. Ja Steven, dritte Mal jetzt. Leider wirst du wieder in der 1. Runde rausfliegen. Sorry. Hey Phile, wir sehen uns im Ziel. Rewardszeit. Here we fly again. Marcel gegen Steven. Beide zweimal dabei, wie gehört. Beide gut abgeliefert. Wir wollen's nochmal wissen. Den Parcours kennen Sie. Die brandneuen Hindernisse sind Ihnen gänzlich unbekannt. Wie das Drehkreuz, wo Sie gleich hinkommen, weil Sie mit dem Sprungbrett nicht so Probleme haben. Zappelt er sich hoch. Marcel. Zieht nochmal nach. Da ist das Drehkreuz. Da ist Steven schon durch. Der ist schon auf dem Pilzen. Das geht verdammt schnell. Entspannt, entspannt. Muss nochmal zurück. Kriegt der Pilz noch einen mitgegeben. Die hat nochmal neu gemischt. Und jetzt kämpfen beide. Mann gegen Mann. Pils für Pilz. Macht sie. Parcher Edis gewinnt dieses spektakuläre Duell. Damit war nicht zurecht inzwischen durch. Ich hab Steven sowas von im Ziel gesehen. Ja, ich auch. Auf allen Vieren. Aber beide auf allen Vieren. Sehr schönes Bild.